Seit Einstein und Minkowski wissen wir, dass die Zeit in die Beschreibung der Weltgeometrie mit einbezogen werden muss. Die Welt ist ein vierdimensionales Raum-Zeit-Kontinuum. Alle physikalischen Felder haben daher nicht nur drei, sondern vier Feldkomponenten, drei räumliche, reelle und eine zeitliche, imaginäre, worin sich die Nicht-Vertauschbarkeit von räumlichen Dimensionen mit der zeitlichen Koordinate äußert. Beispielsweise lassen sich das elektrische und das magnetische Feld als ein einziges Feld mit räumlichen und zeitlichen Komponenten in einem einheitlichen Feldstärketensor, der nicht symmetrisch ist, in einem R4, also in der Raumzeit, angeben. Tensoren haben die Eigenschaft, dass sie bei allen Transformationen in neue Bezugssysteme erhalten bleiben, dass sie invariant sind. Daher werden in einer Feldtheorie sämtliche physikalischen Erhaltungsgrößen als vierdimensionale Tensoren geschrieben. Burkhard Heim rekapituliert die Grundgedanken zur allgemeinen Relativitätstheorie. Man kommt zu einer Gruppe von Transformationen, wenn wir es mit gleichberechtigten und konstant bewegten Inertialsystemen zu tun haben. Man kommt hier zur Lorenz-Gruppe. Das heißt, die Naturgesetze können jetzt in eine invariante Form gebracht werden, invariant zu dieser Lorenz-Gruppe, deren Matrix bekanntlich diese vier-Reihe Transformator-Matrize der Lorenz-Gruppe ist. Und zwar ist eine unitäre Matrix, mit der man nun die Naturgesetze Lorenz-Invariant machen kann, der bekannten Weise. Eine Konsequenz dieser Lorenz-Invarianten-Darstellung der Naturgesetze ist dann ein sehr wichtiges Äquivalenzprinzip, nämlich das Äquivalenzprinzip zwischen Energie und Trägheit. Diese beiden Äquivalenzprinzipien sind, nach meiner Auffassung, von fundamentaler Bedeutung. Jedoch kann man auf diesen Prinzipien alleine noch keine einheitliche Beschreibung der Materie oder der Raumzeitwelt aufbauen. Man hat es versucht, ich meine, es ist auf diese Weise die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie entstanden. Man hat dann schließlich versucht, eine einheitliche Feldtheorie zu konstruieren. Es gibt ja sehr viele verschiedene Ansätze, aber ich meine, man kann so etwas einfach nicht machen und glauben, dass hier ein Anspruch auf universelle Gültigkeit gegeben ist, wenn man den wesentlichen Erfahrungsbereich, nämlich das Quantenprinzip, ignoriert. Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie unterscheiden sich darin, dass in der Allgemeinen nicht nur relative Bewegungen zwischen Bezugssystemen mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit betrachtet werden, also Inertialsysteme, sondern in der Allgemeinen Relativitätstheorie nun auch solche zwischen beschleunigten Bezugssystemen, den Nicht-Inertialsystemen. In einem solchen Nicht-Inertialsystem verläuft die Bewegung genauso wie in einem Inertialsystem bei Vorhandensein eines Gravitationsfeldes. Einstein schloss daraus, dass ein beschleunigtes Bezugssystem oder Nicht-Inertialsystem einem gewissen Gravitationsfeld äquivalent ist. Im freien Fall, beispielsweise in einem Lift, gibt es keine Beschleunigung, also auch keine Schwerkraft im Innern des Lifts. Folglich ist die Gravitation nur eine Scheinkraft, die durch eine geeignete Wahl des Bezugssystems forttransformiert werden kann. Die Gravitationskraft kann daher nicht durch einen Tensor ausgedrückt werden, der eine Erhaltungsgröße definiert. Gravitation muss durch einen Pseudotensor beschrieben werden. Die Gravitation muss also sehr wesentlich mit der Raumzeitgeometrie selbst zu tun haben. Das war Einsteins große Entdeckung. In der allgemeinen Relativitätstheorie werden Vektoren oder Tensoren auf beliebige Koordinaten bezogen. Bezieht man sich auf senkrechte kathesische Koordinaten, dann heißen die Komponenten des Tensorfeldes Kovariant, mit unten angebrachten Indizes für x1, x2, x3 und x4. Werden die Feldvektoren bzw. Tensorkomponenten dagegen auf ein krummliniges Koordinatensystem der Riemannschen Geometrie bezogen, dann nennt man sie Kontravariantegrößen. Nach Einstein stellt jedes Gravitationsfeld nichts anderes dar als eine Änderung der raumzeitlichen Metrik, die einem Gravitationspotenzial entspricht. Geometrische Eigenschaften werden somit durch physikalische Eigenschaften bestimmt. Durch die Geodätengleichung wird die Bahn von Teilchen und Photonen in einem bestimmten Gravitationsfeld festgelegt. Die geometrische Gestalt des Gravitationsfeldes selbst ist durch die Verteilung von Energie und Materie im Raumvolumen durch Einsteins Feldgleichungen gegeben. In diesen Feldgleichungen werden geometrische Größen der Raumzeit einem phänomenologischen physikalischen Ausdruck proportional gesetzt. Das Gravitationsfeld wird durch den geometrischen Anteil ausgedrückt, die Quelle des Gravitationsfeldes durch den physikalischen Anteil auf der rechten Seite der Einsteingleichungen. Einsteins Feldgleichungen sind damit weder rein geometrisch noch rein physikalisch, was ihn zeitlebens dazu angetrieben hat, den phänomenologischen Ausdruck ebenfalls zu geometrisieren, doch ohne Erfolg. In seinen letzten Lebensjahren versuchte Einstein, in einer einheitlichen Feldtheorie das elektromagnetische und das gravitative Feld zu vereinigen, indem er den unsymmetrischen Teil der Metrik, der in seiner Gravitationstheorie Null war, mit dem elektromagnetischen und dem symmetrischen Anteil wie bisher mit dem Gravitationspotenzial identifizierte. Einstein bekam jedoch keine brauchbaren Lösungen. Heute würde niemand mehr einen solchen Versuch wagen, weil eine Vereinheitlichung auch die starken und die schwachen Kernkräfte mit berücksichtigen müsste. Burkhard Heim gehörte damals zu den wenigen Physikern in Deutschland, die sich mit Einsteins einheitlicher Feldtheorie beschäftigten, weil auch er eine einheitliche Gravitationstheorie entwickelt hatte, allerdings eine rein physikalische bzw. phänomenologische Theorie im Gegensatz zu Einsteins geometrischer Fassung. Heim hatte einen Gravitationsfeldstärketensor mit dem elektromagnetischen Feldstärketensor vereinigt. Einsteins Ansatz zur einheitlichen Feldtheorie befriedigte Heim überhaupt nicht. Das schilderte Heim dem Journalisten Peter Ripota in einem Interview 1987, von dem zwar die Tonbandabschrift, aber leider nicht mehr das Band existiert. 1952 wollte ich eine Leistungsprüfung für mein Stipendium ablegen über die einheitliche Feldtheorie. Unsere Professoren wollten mir die Prüfung nicht abnehmen, weil das keiner konnte. Da bin ich in meiner Not, weil das Versorgungsamt drängelte, zu von Weizsäcker gegangen und der sagte, ich kann das auch nicht, aber ich wollte das schon immer mal lernen. Jetzt bringen Sie mir das doch mal bei, dann beurteile ich die Sache auch. Das war für mich ein echter Geldsegen, was dabei herauskam. Ich sagte, dass ich meine Zweifel habe, ob das so geht, wie Einstein es vorschlug und habe ihm damals schon gesagt, dass ich mich selber mit einer einheitlichen Theorie befassen möchte. Wenn man den metrischen Tensor unsymmetrisch ansetzt, nützt das nämlich gar nichts, weil sich sämtliche antihermitischen Anteile wegkürzen. Und ich habe später doch wieder eine Riemannmetrik. Da sagte mir von Weizsäcker, ja, das ist bekannt geworden, das hat mir schon Wolfgang Pauli gesagt. Ich sagte ihm daraufhin, dass ich's aber nicht abgeschrieben hätte. Und Weizsäcker antwortete, nein, das können Sie gar nicht wissen, das hat er mir nämlich erst vor ein paar Tagen mündlich mitgeteilt. Ich sagte, dass man das nach meiner Auffassung anders machen müsste, aber er meinte, ich glaube nicht, dass das einen Zweck hat. Herr Pauli hätte ihm gesagt, diese Art der Theorie hätte keinen Sinn, denn was der Herrgott getrennt hat, soll der Mensch nicht zusammenfügen. Dann war natürlich sofort meine etwas freche Gegenfrage, woher wissen wir denn so genau, dass das der Herrgott getrennt hat? Doch nur, weil Herr Einstein eben Feld und Quelle voneinander getrennt hat. Da Haim damals bereits einen phänomenologischen, einheitlichen Feldstärke-Tensor entwickelt hatte, in dem die Vereinheitlichung von Feld und Quelle des Gravitationsfeldes durch Vereinheitlichung von Elektromagnetismus und Gravitation gelungen war, brauchte er den Feldanteil nicht, wie Einstein das tat, in einem geometrischen Strukturanteil zu suchen. Wir erhielten hier nun aber einen energiedichten Tensor, der nicht thermitischer Art ist, und die Feldmasse, die felderregende Masse und das von ihr erregte Gravitationsfeld einheitlich bereits beschreibt. Wir haben also bereits eine Darstellung der Gravitation in diesem nicht-thermitischen Energiedichtertensor erfasst. Auf diese Weise kam ich dann zu einem Ansatz, vorläuft es darauf hinaus, dass man hier die Wechselwirkung sämtlich geometrisiert, also nicht nur die Gravitation als geometrischen Feldaufgast, und man kommt dann zu einem Ansatz in einer raumzeitlichen Kartan-Geometrie. Vielen Dank.